Ja, dann wird es wahrscheinlich auch nicht besser gehen. Für die Leute mit Holz, Internet, Dusungsleid. Ne, ich habe jetzt umgestellt, also vielleicht lag es jetzt, ich habe die Skalierung nochmal fest umgestellt, dass er jetzt krampfhaft auf 720 geben muss, auch bei meiner Aufnahme. Und diesen Skalierungsfilter, den habe ich auch nochmal runtergesetzt auf 16 Bit. Ja, es ist ein Arsch, weißt du, er fängt ein Gespräch an und möchte es eigentlich gar nicht hören, was ich zu sagen habe, ne? Es ist sowieso herrlich mit dir. 13 bist. Ja. Er ist 13? Warst, warst, warst. Paulus, Mann, seid ihr alt. Können wir mal einer verraten, wo die zwei hin sind, mit denen ich hier rumgerannt bin? Die sind bei der Tankstelle, die sind bei der Tankstelle links runter, wo du rechts runter bist. Du musst wieder zurück zur Tankstelle. Seid ihr nach links runtergelaufen? Ja, da kommt eine Straße und die musst du nur folgen, wenn du links runterläufst von der Tankstelle. Ja, hier vorne kommt die Gabelung. Nein, gibt es kein Magazin. Braucht noch jemand irgendwie einen grünen Dings, Mundschutz? Sebastian, wo bei der Gabelung muss er wohin? Bei der Gabelung muss er rechts runter, die Gabelung. Er kommt mir da hinten hingelaufen. Ich. Okay, dann komm. Da haben wir sogar Diablo eingefangen. Ach, alles wird gut. Er kommt nackt auf mich zu. Wenn ihr gleich gesagt hättet, dass ihr links abgebogen seid, statt rechts bei der Tankstelle, ich bin rechts lang, weil ich da die Häuser gesehen habe. Du hast gesagt, du hast einen Kompass und findest hin. Boah, ich weiß doch gar nicht mal, wo ihr hinwollt, ihr Spack. Alter, wir erzählen seit zweieinhalb Stunden, dass wir hier hinwollen. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Das hat dir sogar dein Neffe gesagt, wo wir hinwollen. Zweimal, hundertprozentig. Ach, du bist so lame. Soll ich vorrennen? Ich kann ja eh nichts von dir. Ich sehe erschreckend wenig Zombies. Händ mal nicht direkt rauf. Lass uns erst mal reingucken, okay? Ich gucke. Die Seite mal von eventuellen Scharfschützen, das meint. Bewegung sehe ich keine bis jetzt, also in der Zeltstadt. Ja, ich auch nicht. Ich sehe aber die linke Flank. Failort, Diablo und ich gehen jetzt rein, okay? Alles klar, dann gehen wir jetzt auf die Freifläche. Ich bin ganz links. Ich habe aber nicht vorhanden. Ich bin ganz rechts. Okay, ist fertig. Ich habe roten Rucksack. So, ersten, wo ist Diablo? Da, okay, alles klar. Ja, ich gehe dann mit. Wir gehen das genauso. Failort geht ganz rechts rein, ich gehe ganz links rein. Und Diablo geht in die Mitte, so. Achtung, ich schieße. Eins, zwei, okay. Alter, fick dich ins Knie. Ja. Der Server, den gehe ich nicht wieder rauf. Der geht an Down, Down hier. Meine Fresse, ey. Ja, jetzt ist meine Trump weg, Alter. Fick die Ziege, ey. Ja, und hier sind Leute und Zombies und da. Ich glaube, wieder aus. Hier sind wirklich Leute. Was? Endzeit, hast du geschossen? Nein. Da rennen irgendwelche Zombies hinter. Alter, wie viele? Das sind Zombies, du Affe. Nein, da ist ein Spieler. Ja, aber die meisten sind Zombies. Die rennen alle, wenn wir den Berg runter ranzen, nach rechts rüber. Ja, ich weiß. Ich stehe mitten in der Zeltstadt, Mann. Ich renne hinterher. Ich versuche, den Spieler zu killen. Aber wie viele Zombies sind das denn? Da ist ein Zombie direkt unter mir. Alter, wie krass ist denn der Zombie-spawn hier? Das ist deswegen Inferno? Alter, bei mir ist ein Spieler direkt unter mir. Ich, äh, es spawne gerade. 33 Sekunden, ich hoffe, ich werde noch nicht angezeigt. Ich bin unter dir mit. Alles klar. Vorsicht, ich bin jetzt hier. Wer hat eine Axt von euch in der Hand? Ich nicht. Wer hat eine Axt von euch in der Hand? Niemand. Ach doch, ich joine. Ich hab eine Axt von euch in der Hand. Also alle von uns finden sich gleich, bitte, in dem grünen Metallbunker ein. Meinst du den? Ja, der einzige Metallbunker, der auf der, auf der links ist. Ich hab da einen Spieler gesehen, der totgegangen ist. So, ich bin jetzt auch gespawnt. Da sind ganz schön viele Leute jetzt da hinten am kleinen. Wer hat denn hier so ein schwules, purpurnes Mundgeschoss? Ihr seid das beide, ja? Ja. Alles klar. Und dann schlagt ihr euch da hinten mit dem einen Zombie an, ja? Warum lädt er nicht nach? Einer lädt nach. Ich bin das, ich bin das. Ich renne jetzt raus in das grüne Ding. Ja, das sind wir. Fall doch um. Alter, da kommen jetzt noch drei oder mehrere Zombies. Von meiner Position und von rechts kommen vier oder fünf. Wo ist denn dieser Metallbunker? Und wer hat diese scheiß Axte in der Hand? Der Metallbunker ist bei dem Tarnitz, bei dem großen. Ungefähr mittig von dem ganzen. Ich seh euch, ich bin hinter euch. Metallbunker, Metallbunker, ich komm rein. Oh, scheiße. Vorsicht, geh weg da, geh weg da. Oh, oh, oh. Scheiße, ich muss wieder nachladen. Metallbunker. Ich, 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 ich hab roter Hucksack. Wer hat den Helm auf? Ich, 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 ich. Alles gut, ich glaub, wir sind nur wir. Wir machen jetzt erstmal die Zombies tot hier. Ich schau mal ab, ich hab nicht mein Magazin übrig. Alles klar, das ist geil. Das hab ich gar nicht gewusst. Ich muss immer nachladen. Also, ich machen. Die Höhle aus dem Patronlager schmeißen. Geld immer, bitte. Geld, ich blut. Einer geht um den Turm drauf. Ja, das bin ich, weil ich keine Bandage mehr hab. Ich hab mich schon so oft angewitzt jetzt. Kann man nicht luken, Jungs? Ich bin doch lieber auf dem Turm hoch. Ne. Der hat nix. Der andere hat auch nix. Na, ne. Was ist das jetzt? Mit wem hab ich denn bitte schon die ganze Zeit geredet? Weiß ich nicht. Jetzt gehen bitte alle, die zu uns gehören, in den grünen Metallbunker rein. Genau, wer hat denn hier einen Spitzhack genannt gehabt? Ja. Das war ich. Ach so. Ich bin auf irgendein random Server drauf gejunt. Einfach random auf nem Server. Und das ist genau der hier gewesen, Alter. Ich hab selber voll übel Schiss gehabt. Ich dachte, einer von euch hat vielleicht den Sound an, dass andere das auch hören, wenn er schießt. Dann labert auf einmal einer, ey. Hallo? Hallo? Ein Glück, Alter. Du wirst schon wieder auf das Airfield, wo nichts los ist. Weiß ich nicht. Mir ist es egal. Elektro. Können wir ja hingucken. Das ist ja hier gleich um die Ecke. Ich rück vor links Mauerseite. Ich prüfe hier mit meinem Scope. Oh, oh, oh. Zombie. Derzeit ohne. Rechts von euch ist ein Zombie. Ihr habt geedit, ja. Geht auf mich. Lauf, du Arsch. Ich geh... Spieler innerhalb der Zeltstadt. Mitte. Alles klar. Mitte. Mitte. Alles klar. Ich renne an die hinterher zu den Sonnzeiten. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, für Endzeit. Alles klar, alles klar. Wie müssen wir diesen Scheiß-Zombie da töten? Da, orange, na großer Rucksack. Ist letzte Reihe jetzt. Letzte Reihe? Ja, ist letzte Reihe. Meine Güte. Derjenige, der gerade nicht verfolgt wird, kann er bitte mal die Axt rausholen, der da steht und mir zuguckt? Ja, wart. Ich würde sie selber rausholen, bloß dann schlägt der mich halt. Der ist letzte Reihe in der Mitte, ungefähr in dem Zell. Also ganz hinten, ja? Ja. Alles klar. Ich bin rechts jetzt, gehe jetzt bei den ganzen Containern lang. Ganz im Westen. Danke. Ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, wo die Himmelsrichtungen sind. Du warst doch beim Bund. Ja, aber ich habe jetzt die Karte nicht gerade in den Augen. Als habe ich meine Waffe verloren. Ja, die liegt da noch. Okay, wir schauen ja Richtung Norden, ne? Alles klar. Okay, weiß ich jetzt, wo die Himmelsrichtungen sind. Vorne ist er nicht rausgekommen. Ich habe jetzt einen Blick auf Sandzelt und auf diesen hinteren Raum, quasi. Der. Der ist von der mittleren Reihe zuletzt über, wo ich ihn letztendlich gesehen habe. Und der muss dabei in den Zelten in der Mitte oder so. Okay, ich überrasche. Jetzt steht da irgendwo drin, der von Sandzelt. Ist die letzte Reihe für euch nach außen weg, oder? Richtung Knast hinten im Wald, der Einzelne. Wirklich, dass er dann abgehauen ist. Einer müsste auf jeden Fall mal in die Richtung. Ne, ne, der ist nicht nach hinten abgehauen. Ich war ja ganz hinten. Ich bin sofort rüber geswitcht, damit er nicht abhaut. Der muss im Zelt stehen, oder hat sich ausgelaufen. Hier beim Sandzack, Runker, ganz rechts. Check, ich bin jetzt mittel, bei den beiden Sandzelt. Ich bin bei den, achso. Ich bin dich, Runker. Also ich habe einen grünen Rucksack. Ja, und ungefähr zwei Zelte vor dir voraus, da ist er drin. Alles klar, ich überwacht von hier. Meinst du mich, oder meinst du die anderen? Du stehst du an dem Zelt davon, oder? Ja, ganz links an dem Zelt. Du stehst am ersten und dann ungefähr zwei, drei Zelte weiter vor dir. Nein, da ist er. Also im Mittel. Ich gehe mal von hinten mit dir drin. So, ich bin am letzten Zelt oben. Der hat den orangenen Rucksack. Oh, kacke, ich muss laufen. Wieso? Ja, hier sind Zombies. Oh, ich bin jetzt zurückgezogen. Ich gehe jetzt aus dem Sandzack. Grüner Rucksack. Ich. Gut. Hier ist er auch nicht drin. Grüner Rucksack gesehen. Er hatte einen orangenen Rucksack. Ja, genau. Ich habe einen orangenen, aber nicht auf ihn schießen. Ich komme zu euch. Bleib mal aus der Zeltstadt raus noch, bitte. Der ist weg. Ja. Hier rechts weiter lang. Der hat sich ausgelockt, oder? Meinst du? Oder er war wirklich so schnell, aber ich habe eigentlich gleich... Nein, 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 nein. Den hätten wir sehen müssen. Nein. Doch. Oh, ich habe zum Glück noch nichts rausgelegt. Was? Oh, fuck off, Alter. Honey, wenn du merkst, dass das Server down geht, dann sag das doch einfach. Server down. Inside Night, gerade. Hatte ich guck mal die Windeln aus, sie packt. Okay. Alles klar. Ich komme hinterher. Ich bin gespawnt. Ja, wir müssen nebeneinander spawnen. Theoretisch. Johnny ist auch. Wann kommt ein Bounty? Der ist da unten ein AFK kurz. Hm. Ist Legacy Faggedown auch noch unterwegs? No. Oh, fuck dich, Alter. Meine scheiß AK ist weg. Bei mir liegen zwei AKUs rum. Ich habe ne... Standard AK gehabt. Oh, mein Gott, Alter. Der bei mir ist... Wer schießt hier? Alter, ich bin tot im Ding... Im Metallbunker. Metallbunker ist ein Gegner drin. Okay, alles klar. Ich renne da hin mit der Schotti. Ich kann nicht laden. Ich bin im Sanitäterzelt. Ich bin im Blauen Helm. Oh, nein. Das sind Gegner. Das sind Gegner, alle. Ich bin tot. Ja, es haut... Es haut nicht hin. Ich kann nichts machen. Rausgehen. Scheiße. Servery starts, Alter. Wie behindert ist das denn? Ich kann nichts machen, Alter. Das ist zum Kotzen. Ich hab von mir ne echt scheiß Positionen. Ich seh nämlich nix. Ich kann einfach nichts machen, Alter. Schüsse. Jetzt hab ich so... Jetzt hat er erst mein Magazin durchgeladen, ey. Wo ist der? Vorne. Beim Metall... Äh, beim Metall... Genau da. Wer war da drin? Da sind grad... Der hat grad geschossen, aber ich weiß nicht, ob er es... Er hat wahrscheinlich Sicherungsschuss in meinen Kopf. Der Metallbunker? Oder bei Leo? Der Metallbunker ist an der Straße relativ weit rechts. Wenn du... Ja, ich weiß, ich weiß. Und da war er drin, oder was? Da waren zwei Stück, hab ich gesehen. Einer mit dem blauen, äh, NATO-Helm und der andere, der hat das Standard-Equip. Also, normales Equip, so wie wir halt. Äh, da ist er. Ich hab das schossen, deswegen hat er mich geprägt. Versuchen wir mal, in die beste Position zu erhaschen. Ist jemand in dem, in dem, in dem, in dem Dings drin, in dem grünen Metallbunker? Das sind nur die. Zombies. Umlegen. Beide getötet. Echt? Ja. Ich komm. Good job. Mann, nimm doch die Aktion. Arschloch. Ich bin ganz hinten links im Eck in dem Bunker, das andere bei uns liegt. Wer, wer, wer liegt denn da, wer liegt denn da drinnen mit nem grünen, mit nem grünen Rucksack? Das sind die. Oh! Da liegt noch einer drinnen mit nem grünen Rucksack. Und dann töte ich ihn. Ist down. Nice. Hilf mir mal, ich krieg grad meine Axt nicht raus. Ich kann dir grad nicht helfen. Bei mir kam auch Bad Mike Client Not Responding. Vielleicht geht das aber gleich wieder im Arsch. Hast du deine Axt draußen? Sehr gut, machen wir die Dinger weg, ey. Ja, ja. Wie viele waren denn das? Drei. Zweiter auch, ich blute, ich muss irgendwas machen. Ist da drin noch einer? Cernus spawn. Ne, ist keiner drin. Oh, da sind viele drin. Ja, ja, ich weiß einiges. Ich weiß nicht. Ich hab alles Angst, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020